Dieses Video zeigt die grafische Rückmeldung beim Einsatz des Zauberstabs. Der Zauberstab bietet besonders hilfreiche Rückmeldungen, bevor Sie damit etwas platzieren. Sehen wir uns an, wie dies im Grundriss funktioniert. Mit Hilfe der vorhandenen Fixpunkte zeichnen wir zwei rechteckige Polygone mit dem Linienwerkzeug. Nun aktivieren wir das Polylinienwerkzeug. Drücken Sie auf die Leertaste, um den Zauberstab zu aktivieren. Er kann aber auch über das Menü Planung aufgerufen werden. Platzieren Sie mit gedrückter Leertaste den Cursor über den Polygonen. Beachten Sie, dass die grafische Rückmeldung durch ein dickes, blaues Polygon dargestellt wird. Wenn Sie auf eine Kante oder einen Knoten zeigen, zieht der Zauberstab die zuvor erstellten rechteckigen Polygone nach. Wenn Sie mit dem Cursor auf einen leeren Bereich oder auf eine separate Oberfläche zeigen, sucht der Zauberstab einen geschlossenen geometrischen Bereich, der durch die nächstgelegenen Elemente gebildet wird. Klicken Sie innerhalb des Schnittbereichs der beiden Polygone, um die rote Polylinie darum herum zu platzieren. Wählen Sie nun das Schraffurwerkzeug. Aktivieren Sie den Zauberstab, legen Sie den Cursor auf eines der Polygone und klicken Sie gleich nach dem Nachziehen des blauen Polygons darauf, um die Schraffur zu platzieren. Verwenden Sie das Deckenwerkzeug, um die Decke auf die gleiche Weise zu erstellen. Halten Sie die Leertaste gedrückt und klicken Sie innerhalb des geschlossenen Polygons auf der rechten Seite. Probieren Sie nun das Dachflächenwerkzeug aus und anschließend das Wandwerkzeug, um die Möglichkeit der grafischen 2D-Rückmeldung zu sehen. Beachten Sie, dass die grafische Rückmeldung beim Ändern der Position der Wandreferenzlinie diese Änderung nachvollzieht. Wählen Sie die Decke aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Auswahl Markierungsrahmen im 3D-Anzeigen im Kontextmenü aus. Aktivieren Sie mit dem Wandwerkzeug den Zauberstab und platzieren Sie die Wände um die Decke herum. Hier sehen Sie die grafische Rückmeldung von allen vorgeschlagenen Elementen, bevor Sie sie platzieren. Wählen Sie jetzt das Dachflächenwerkzeug aus. Ebenso wie bei der Wand sehen Sie die möglichen Ergebnisse, bevor Sie diese platzieren. Platzieren Sie dann das Dach oben auf den Wänden. Der verbesserte Zauberstab bietet eine gute Voransicht der Elemente, damit Sie keine Elemente mehr falsch platzieren. Dann checken Sie das Dachflächen. Nu kommen Sie das Dachflächen. Hier sehen Sie dieouren Markierung unter자는 Feldern Bl 소개. Auf diese Statuten